Päää, woher diese freshe Jacke? Fresh ohne Cash, Bro. Kannst du mir Bücher empfehlen? Für mich haben Religionen ein Problem. Jeder will die Wahrheit sein und dich durch Argumentationen davon überzeugen. Das ist nicht die Religion, das sind die Menschen, Bro. Was glaubst du, wie die Welt in 10 Jahren aussieht und wie würdest du sie gerne sehen? Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir als Menschen wieder mehr zu unserem Herz zurückfinden. Was hältst du von den Twitter-Files? Trauen sich immer weniger Leute einfach das zu sagen, was sie denken, sondern bevor du was redest, musst du erstmal durch drei Filter durchgehen, so. Ich will nicht in so einer verweichlichten Gesellschaft leben, wo keiner mehr sagt, was er denkt, wo alle immer nur das sagen, was gerade politisch korrekt ist, so. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yes, 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 yo. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Ein Abendgroßer, ein Abendmajor. Wie steht's? Monim ist am Start, Jungbuschlange, hab ich schon ganz genau, wie das läuft, man. Buh, Christiano, Uma ist auch wieder am Start, was geht, was geht, was geht. Walking Crow, was geht ab, Bro? Alles gut bei dir? Bester Mann, Digga, danke auf jeden Fall für den Support, Bruderherz. Päää, woher diese freshe Jacke? Du wirst doch, wie es läuft, Bro, der Lovelock ist immer am strugglen. Fresh ohne Cash, Bro. Broke, Niggur-Lifestyle, Alter. Ich habe selber nicht viel gelesen, sage ich dir ehrlich. Die Bücher, die mich am meisten geprägt haben an der Stelle, sind einmal Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer, Die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. Was habe ich noch gelesen, Digga? Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, irgendwie so. Ja, so viel mehr Bücher habe ich gar nicht richtig gelesen, oder? Doch, es gibt noch ein paar, aber die haben nichts mit Selbstfindung und Spiritualität zu tun, Persönlichkeitsentwicklung. Was ich aktuell mache, ich lese gerade die Bibel. Ich lese gerade die Bibel und dieses Mal von Anfang an, ich will die einmal komplett durchgelesen haben, um zu wissen, was da abgeht. Altes Testament, ich bin immer noch 1. Buch Mose 32 oder so. Die werde ich mir jetzt komplett reinziehen und danach werde ich mir den Koran durchlesen. Weil von den Geschichten, ich weiß nicht, die sind intensiv so. Da kann man echt viel sich mit rausziehen. Selbst wenn man zum Beispiel gar nicht jetzt gläubig ist oder einer Religion zugehörig ist, glaube ich trotzdem, dass sehr viel Inspiration in diesen Büchern drin ist. Und die Wörter haben extrem viel Gewicht, wenn du dir das durchliest. Das sind Geschichten, mit denen man sich einfach, also man kann das einfach sehr gut auf sein Leben übertragen und kriegst ein bisschen besseres Verständnis, weißt du. Das ist für mich auch so die, also weiß ich nicht, egal. Ich habe viele Motivationsspeaker mir reingezogen und so natürlich, aber ich finde so das, was in diesen heiligen Büchern drin steht, hat nochmal mehr Gewicht so. Gefühlt. Für mich haben Religionen ein Problem. Jeder will die Wahrheit sein und die durch, dich durch Argumentation davon überzeugen. Deshalb glaube ich einfach nur an Gott. Das sind die Menschen, aber das ist nicht die Religion, das sind die Menschen, Bro. So denke ich. Ich glaube, es gibt sehr wertvolle, sehr wertvolle Geschichten und Lehren, die du aus dem Koran ziehen kannst. Sehr viele wertvolle Geschichten und Lehren, die du von Jesus lernen kannst, aus der Bibel lernen kannst. Ich glaube, den meisten Unfug haben die Menschen damit getan und nicht die Heilige Schrift an sich so. Weißt du? Ist Interpretationsgeschichte, Menschen interpretieren alles irgendwie anders so. Jeder hat natürlich sein eigenes Gehirn, jeder interpretiert anders, aber ich glaube im Herzen wirklich, dass man daraus lernen kann so. Und dass einem das helfen kann, auf jeden Fall glücklicher zu sein, die es da ist. Der Jono fragt mich gerade, was glaubst du, wie die Welt in zehn Jahren aussieht und wie würdest du sie gerne sehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich überzeugt davon bin, dass wir gerade an einem Wendepunkt sind beziehungsweise gerade an einem Scheideweg sind und sich jetzt entscheidet, welche Richtung wir einschlagen. Das merkt man auch. Die Kämpfe mit Ideologie und mit was man sagen darf und nicht und welche Themen gerade so gepusht werden und so, da merkst du, da ist gerade so ein Umschwung, da findet gerade so ein Umschwung statt. Und ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir als Menschen wieder mehr zu unserem Herz zurückfinden, mehr zur Moral zurückfinden, mehr zur Familie zurückfinden. Diese ganzen Sachen, glaube ich, könnten uns davor bewahren, dass wir in eine böse Zukunft laufen. Weil ich sage ehrlich, wenn es so weitergeht, wie es gerade weitergeht und ich habe das Gefühl gehabt, das hat extrem alles mit Corona angefangen so. Und wenn das so weitergeht, glaube ich, dass wir in zehn Jahren nicht gut dastehen. Man sieht es ja in allen Bereichen so, dass auch Deutschland wirtschaftlich langsam kaputt geht. Und es ist ja nicht nur hier so, es ist auf der ganzen Welt so, dass da gerade eine Entwicklung stattfindet, die mir ein bisschen Angst macht. Aber ich hoffe und denke, also ich weiß nicht, ich glaube an das Gute und ich glaube daran, dass man was verändern kann, wenn man sich zusammentut. Und es gibt Menschen, es gibt immer wieder Menschen, wo ich sehe, okay krass, die versuchen was Gutes zu bewegen. Und ja man, ich glaube daran, dass wir es vielleicht irgendwann schaffen, ein bisschen wieder in die bessere Richtung zu gehen. Ja, ja so. Danke Leon, hab durch deine Videos Motivation geschöpft, arbeite bei einem großen Beratungsunternehmen und verdiene 7,5K netto. Einiges habe ich dir zu verdanken. Ich küsse dein Herz, Bro. Freut mich. Das ist eine Sache, die mich mega erfüllt, wenn ich einen Einfluss, einen positiven Einfluss auf Menschen haben kann. Deswegen danke für die Worte. Weiter so, Bro. Let's go. Der Mensch hat leider die Religion so vergiftet, dass sie die unwissenden Menschen spaltet und gegeneinander aufhetzt. Also wie gesagt, hey, ich glaube, dass gerade aktuell, dass es ein gutes Ding ist, wenn Menschen wieder ein bisschen mehr zur Religion zurückkommen und sich da Werte mitnehmen und eine gewisse Moral haben einfach. Weil die Entwicklung, die wir da teilweise haben mit diesem ganzen Woke-Shit und da gibt es keine Moral mehr, keine Ethik mehr, sondern alles muss akzeptiert werden, alles ist frei und so. Ich glaube, das ist auch nicht gut für uns Menschen, weißt du? Man muss, ich versuche einfach das Beste zu tun, weißt du? Ich versuche ein gutes Vorbild zu sein für Leute, die mir zuschauen. Versuche irgendwie so ein gutes Herz zu haben. Als gutes Beispiel voranzugehen und so kann man am besten was tun, denke ich. Sich selber klar zu kriegen, selber zu wissen, was für Werte, was für eine Moral, was für eine Ethik man hat. Damit nach draußen zu gehen und zu versuchen, andere Menschen anzustecken, das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Eng in deinem Kreis anfangen, mit Familie etc. Freunde und wenn du eine Reichweite hast, das auch mit deinen Leuten teilen, der ist das. Wie soll man in der heutigen Welt noch Kinder auf die Welt bringen? Ich würde das gar nicht so, so würde ich das gar nicht sagen, Bruder, weil es ist doch, wenn du anders denkst, beziehungsweise wenn du für dich gute Moral hast, gute Werte hast und ein Kind zeugst und das dem mitgibst, dann kann dieses Kind dafür verantwortlich sein, dass die Welt in eine bessere Richtung geht. Deswegen, ich bin kein Fan davon zu sagen, oh, das ist so eine dreckige Welt, ich will hier keine Kinder in die Welt setzen. Im Gegenteil, ich will so viele Kinder wie möglich in die Welt setzen, damit ich den Mindset aufdrücken kann und dass wir was verändern können, Bro, weißt du was ich meine? Mittlerweile muss man aufpassen, was man sagt und immer sagen, dass man sich von A und B distanziert, aber alles andere wird einem aufgezogen, ob bei Netflix oder sogar die Sprache verändert. Ja, safe, das ist auch so eine Sache, die mir persönlich brutal auf den Sack geht. Das ist nicht mehr so. auch natürlich habe ich selbst persönlich da drunter, also ich habe das selbst am eigenen Leib gespürt, wie das ist, wenn du Dinge aussprichst, die man aktuell nicht sagen darf, die man nicht denken darf und die man auch nicht mit der Öffentlichkeit teilen darf, so, habe ich gemerkt, was dann passiert und das macht es, das ist voll scheiße so. Das macht es einem voll schwer, wenn in der Öffentlichkeit stattfindet, einfach zu sagen, was du denkst. Deswegen feiere ich so einen Andrew Tate zum Beispiel voll krass, der einfach sagt, was er denkt. Scheiß drauf. Cancel nicht, mach was ihr wollt so. Das finde ich geil, weil das fehlt so und durch diese ganzen Cancellations und Shitstorms und was die alles gemacht haben mit Menschen, trauen sich immer weniger Leute einfach das zu sagen, was sie denken, sondern bevor du was redest, musst du erstmal durch drei Filter durchgehen so. Okay, das könnte dem und ich muss in dem Satz noch sagen, dass ich das nicht so und dass es eigentlich nur meine Meinung ist und bla 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 bla. So wird es immer weicher alles und die ganze Entertainment-Industrie, also alle Leute, die YouTube machen, Musik machen und so, das wird ja immer gleicher alles. Es wird immer gleicher alles. Früher gab es wirklich noch Charaktere, die sich voneinander unterschieden haben. Heutzutage ist es alles mehr oder weniger das Gleiche. Mehr oder weniger. Der eine sieht ein bisschen anders aus, der eine hat ein bisschen andere Frisur, der andere zieht sich ein bisschen anders an, aber was aus deren Mund rauskommt, da gibt es einfach gewisse Guidelines und das sagt jeder einfach. Was hältst du von den Twitter-Files? Ja, Bro, das war mir eigentlich auch schon alles klar, Digi. Also mir war klar, ich habe selber, ich habe ja selber auch einen Shadow-Band gehabt bei YouTube und bei Instagram, nachdem ich mein Video hochgeladen habe, das berühmte Treppenhaus-Video, Alter. Trap in House, musst eigentlich mal ein Album machen. Trap in House. Dann habe ich auch Shadow-Bands bekommen und das sind ja keine offiziellen Bands, das sind einfach halt geheime Bands, wo Leute, die Dinge aussprechen, die man nicht aussprechen darf, das immer wieder, dann einfach auf eine Blacklist gepackt werden und die dann einfach nicht mehr vorgeschlagen werden, die Reichweiten eingeschränkt werden. Mein YouTube-Kanal ist auch seitdem brutal eingeschränkt, so. Ich merke das ja, weißt du, ich weiß das und das spürst du auch. Es ist halt cool, dass es mittlerweile jetzt durch Elon Musk halt bei Twitter dafür Belege auch gibt, aber da musst du dir auch mal reinziehen, wie heftig das ist, dass da einfach jetzt rausgekommen ist, dass gewisse Informationen zurückgehalten wurden, Tweets zurückgehalten wurden und somit auch die ganze Wahl beeinflusst wurde, weißt du? Das musst du dir mal geben, das ist kein, das ist kein Kinderscheiß, das beeinflusst einfach, wer an der Macht ist am Ende des Tages so. Social Media ist mittlerweile ein so großes Tool, da soll mir auch keiner mehr kommen mit, ja Privatfirma, das ist eine Privatfirma und deswegen dürfen die machen, was die wollen, die können einschränken, wen die wollen, das ist eine Privatfirma, die können entscheiden, wer stattfinden soll und wer nicht, aber das ist mittlerweile halt so eine krasse Meinungsbeeinflussung, weil über Social Media werden die meisten Menschen heutzutage beeinflusst, Fernsehen ist nicht mehr der Shit, Einschaltquoten gehen brutal runter, die Sendungen und die Formate auf YouTube haben viel mehr Reichweite mittlerweile als Fernsehen so und wenn da gewisse Leute einfach unten gehalten werden, gewisse Meinungen, gewisse Aussagen einfach gelöscht werden, gebannt werden, sodass die nicht mehr da sind, dann hat das einen riesen Einfluss auf die Gesellschaft und auf was getan wird und was nicht so und das sollte man, das muss man auflösen, finde ich, das muss man auflösen, es muss mindestens eine Plattform geben, wo du sein kannst, wie du bist, wo du sagen kannst, was du denkst und wo du dafür nicht eingeschränkt wirst oder gelöscht wirst, weißt du, so denke ich, Leon, aber man kann doch andere Menschen verletzen mit bestimmten Aussagen, findest du nicht, Fragezeichen, natürlich können gewisse Aussagen Menschen verletzen, aber wo fängst du an und wo hörst du auf, willst du jedem vorschreiben, was er zu sagen hat und was er sagen darf und was er nicht sagen darf, willst du wirklich in einer Welt leben, wo du in einem Gedankengefängnis bist, wo du nicht mehr aussprechen darfst, was du denkst, weil du eventuell jemand anderen verletzen könntest, das ist es doch nicht, Diggi, wenn du anderer Meinung bist, dann kannst du dich doch hinsetzen und deine eigene Meinung dann kundtun beziehungsweise dich vielleicht mit demjenigen in Kontakt setzen und versuchen mit ihm zu diskutieren und wenn es dich wirklich so verletzt, dann guck ihn dir nicht mehr an oder so, weißt du, aber ich möchte nicht in einer Welt leben, wo wir nicht mehr sagen dürfen, was wir denken, wo wir jedes einzelne Wort überdenken müssen und gar keine klaren Gedanken mehr aussprechen können, so entwickelt sich doch eine Gesellschaft, Bro. Weißt du, wie ich meine, so jeder muss doch seine Meinung kundtun können und am Ende des Tages ist die Wahrheit immer in der Mitte, aber wenn eine Seite gelöscht wird, dann gibt es nur noch eine Wahrheit, die eine Seite ist dann die Wahrheit und alle von der anderen Seite werden gelöscht, genauso auch bei der ganzen Corona-Scheiße so, man hat es doch gesehen, Leute, die eine andere Meinung hatten, wurden gelöscht, wurden gecancelt, haben ihre Jobs verloren, haben ihren Status verloren, wurden einfach ausgeblendet, nach drei Jahren auf einmal wird dann, sind ganz viele Leute, die eigentlich die anderen Leute gecancelt haben, eigentlich wieder auf, so mit denselben Gedanken am Start und denken sich, scheiße Alter, der Typ hat vielleicht recht gehabt damals, so. Daran merkst du doch, dass es nicht gesund ist, eine Meinung komplett zu löschen, so denke ich halt, was soll ich dir sagen, ich will nicht in so einer verweichlichten Gesellschaft leben, wo keiner mehr sagt, was er denkt, wo alle immer nur das sagen, was gerade politisch korrekt ist, so. Hast du Kontakt zu irgendwelchen Rappern, zum Beispiel Manuelsen, finde es schade, dass du in der Szene isoliert bist, ohne Grund? Is what it is, Bro, ich finde es nicht schade, es soll so sein, Gott hat irgendeinen Plan dahinter, ich bin ein positiver, liebender Motherfucker, der für jeden immer Liebe da hatte, keine negativen Vibes im Herzen hat und niemals jemanden canceln würde, aufgrund seiner Meinung oder so einen Scheiß, wenn es andere machen, sollen die es tun, wenn die es für richtig halten, weißt du, ist auch okay, da steckt schon irgendein Plan dahinter, von meiner Seite gibt es auf jeden Fall für die Leute, mit denen ich cool war, nur Liebe, für die Szene auch, Bro, Hip-Hop ist geil, ich bin Hip-Hop, auch wenn Leute mir das aus, mir nicht geben wollen und sagen, der Typ ist nicht Hip-Hop, der hat nichts mit Deutschrap zu tun und so, Bruder, ich war schon Hip-Hop, da war ich 10, weißt du, was ich meine, ich lieb den Laden, ich lieb den Scheiß und ich werde den für immer lieben. Hakim Bidda sagt gerade, Bro, würdest du raten, Social Media komplett zu löschen, es gibt zwar sehr viele, sehr viel gutes Wissen in Social Media, aber oftmals lässt man sich von schlechten ablenken, Konsum, Entertainment, Vergleich, Selbstzweifel, würde mich sehr über eine Antwort freuen. Hakim, Bruder, wenn du nicht von Social Media abhängig bist und nicht davon lebst, dann würde ich tatsächlich sagen, löscht den Scheiß oder minimier es einfach, weißt du, was ich meine, es gibt auch Apps, wo du gewisse Dinge ausblenden kannst, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber dass du dann auf Instagram gehst und nicht mehr 100 Stories da angezeigt bekommst, sondern dann eine Auswahl von 2, 3 Leuten oder so hast, schraub das alles runter, es bringt dir nichts, weißt du, es bringt dich nicht weiter, wenn du mal irgendwie dir einen Podcast reinziehst oder mal auf YouTube abhängst und dir da irgendwas anguckst, ist das cool, glaube ich, aber wie du selbst gesagt hast, ich glaube, man bleibt am Tag voll auf da einfach hängen und zieht sich irgendeinen negativen Scheiß rein, irgendeinen Gossip-Scheiß, wer mit wem Beef hat, vergleicht sich vielleicht mit irgendjemandem und denkt sich, scheiße, die leben so ein geiles Leben, ich will auch, also ich glaube, wir sollten es insgesamt auf jeden Fall ganz weit runter schrauben, ich habe zwölf Stunden Bildschirmzeit, am Tag, Digger, laber kein Scheißbäcker, Alter, du lügst doch, zwölf Stunden, Digger, du bist lost, ich schwöre es dir, Bruder, gib mal die Nummer von deinen Eltern, Alter, ich muss mit denen reden, ich ruf mal deinen Vater an, Alter, ich sag, Bro, nimm dem das Handy weg, wenn du willst, dass was aus deinem Jungen noch wird, nimm dem das Handy weg, kannst du mir Tipps dagegen geben, fang wieder an im Real Life zu leben, Bro, lass den Scheiß einfach weg, es gibt da keinen Tipp für, das ist alles Disziplin, das ist alles Disziplin, du musst es einfach nur machen, leg dein Handy zur Seite, du merkst doch, wie lange du Zeit an deinem Handy verbringst, du spürst es doch, du bist ja selber am Handy, leg es einfach zur Seite und mach irgendwas im Real Life, geh raus, geh spazieren, unterhalte dich mit deiner Familie, geh zum Sport, lese dir ein Buch durch, meditiere, setz dich mal einfach hin und mach gar nichts, das fühlt sich wahrscheinlich für dich jetzt alleine vom Hören an wie die Hölle, weil du es dir gar nicht mehr vorstellen kannst und die meisten Menschen kommen gar nicht mehr mit sich selbst klar, die müssen irgendwas am Laufen haben, egal ob es Radio ist, Fernsehen, Handy, man muss irgendwas am Laufen haben, damit man sich nicht mit sich selbst beschäftigt, weil sich das nicht gut anfühlt und spätestens da solltet ihr merken, merken, dass irgendwas falsch läuft, wenn du mit dir alleine bist und dich dabei nicht gut fühlst, dann läuft irgendwas falsch, du solltest dich mit dir selbst gut fühlen, du solltest mit dir selbst am Start sein, weißt du, und es sollte für dich keine Hölle sein, wenn dein Handy weg ist und ich kann das nachvollziehen, ich bin ja auch keiner, ich bin ja auch am Handy und so, ich bin kein Heiliger, kein Samariter, ich weiß aber, dass es so ist und ich merke auch, wie das bei mir auch so war, aber es ist wie Training, weißt du, wie ich meine, das ist wie Training, da gehört auch Disziplin dazu, jeden Tag ins Gym zu gehen und da zu trainieren, so, und genau so kannst du auch trainieren, dich von diesen Süchten, die in dem Handy drin stecken, abzukapseln, weißt du, trainier es, schraub runter, mach dir einen Plan, sag, okay, heute sind es zwölf Stunden, morgen sollen es nur zehn sein, den Tag danach nur acht, dann sechs, dann vier, dann zwei, dann eine und dann eine halbe Stunde und bei der halben Stunde kannst du dann bleiben. Hakim, früher habe ich sehr viel Netflix geschaut, wenn ich mir heute Serien anschaue, wird mir sehr schnell langweilig und ich merke, wie schlecht es mir tut, Serien zu schauen. Die meist unterschätzte Droge ist MN-Ablenkung, Konsum von Social Media, Entertainment Medien, safe, safe. Ich bin, ich bin auch gerade dabei, habe jetzt bestimmt auch schon seit Monaten kein Netflix mehr geschaut und mir da irgendwelche Serien und Filme reingezogen, weil ich auch gemerkt habe, man flüchtet sich halt in eine andere Welt und ist halt voll dann in dieser Welt drin und das hat einen Einfluss auf dich, kannst du mir sagen, was du willst. Ich war nie einer, der sich auch gerne irgendwelche negativen Filme, also so Horrorfilme und wo Menschen Menschen töten oder irgendwelche, wie sagt man, diese Ballistik-Sachen und so, wo die dann Morde erforschen und so. Das war nie mein Ding, weil ich gemerkt habe, dass das einfach einen negativen Einfluss auf mich als Mensch hat, weil ich mir dann, mich immer versuche, in die Leute rein zu versetzen und dann denke, wie kann man so ein Mensch sein und so und das wozu? Weißt du, wozu? Und auch die ganzen Serien und so, das ist unterschätzt, dieses ganze Entertainment, was du in diesem Gerät hier drin hast und auch im Fernsehen, man unterschätzt, wie krass einen das in eine andere Welt reinholt. Probiert es aus, das mal wegzulassen und dann werdet ihr das schon merken, wenn ihr Detox davon macht, dass es euch besser geht und dass ihr gar keinen Bock mehr habt, euch den ganzen Tag mit irgendeinem Scheiß abzulenken. Letzte Serie, die ich angeschaut habe, war Black Mirror, danach war ich bedient. Ja, Niklas, du hast schon recht, ein Film hin und wieder geht mal, die Menge des Konsums macht es, genau so ist es, egal mit was, ob das mit TikTok ist, Pornos, Filme gucken, egal was, die Dosis macht das Gift so, die Balance ist wichtig, aber Bro, wir sind schon so tief in dieser, wir sind schon so tief da drin, dass so ein radikaler Detox auf jeden Fall nicht schadet, weißt du, einfach mal zu sagen, jetzt radikal, ich gucke keine Pornos mehr, radikal, ich gucke keine Serien mehr, einfach das mal radikal aus dem Leben raus, radikal, ich habe jetzt nur noch halbe Stunde, Stunde Bildschirmzeit am Tag und dann eventuell sich wieder dann, und wenn man das durchgezogen hat, dann eventuell sich so eine, eine bessere Balance dann da einzubauen, weil du wirst dann merken, was dir gut tut, was nicht und dann wirst du nicht mehr so krass zurückgehen, das ist glaube ich der Weg, so bin ich auf jeden Fall, so mache ich das immer.